Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Das ist Freitag, der 10. Dezember. Eine Freundin mit einem bedeutenden langjährigen Beitrag für die Kommunalpolitik, in der sie sich große Meriten erworben hat, die hat mir neulich mal geschrieben, das Gute an gemeinschaftlich denkenden Menschen ist, sie sind kompromissfähig. Das gilt den Komplizierten als pflegeleicht oder unproblematisch. Also das hat mir zu denken gegeben und auch gut gefallen. Ich glaube, dass tatsächlich gemeinschaftliches Denken, Interesse am Gemeinwohl und Kompromissfähigkeit miteinander zusammenhängen. Es wird ja viel von der Spaltung der Gesellschaft, manchmal auch von der der katholischen Kirche gesprochen. Und tatsächlich sind starke Fliehkräfte am Berg. Trotzdem glaube ich, dass die Rede von der Spaltung übertrieben ist. Was wir aber eindeutig konstatieren müssen, ist die Neigung zu Kompromissen und die Fähigkeit, sie anzusteuern und einzugehen, sich ihrer auch zu freuen und damit zufrieden zu sein und es für eine hohe Kunst zu halten, Interessen auszugleichen. Diese Eignung und Neigung ist in der Gesellschaft seltener geworden, als sie es früher war. Es gibt schon ganz oft eine zornige Rigidität, die sich dann auf einen Standpunkt versteift und vom Anderen und dem Berechtigten des Anderen überhaupt nichts mehr hören möchte. Das ist nicht neu und es ist nicht eine Sache des 21. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland oder sonst wo. Und Spuren davon finden wir schon im Evangelium. Das ist der direkte Anschluss an das Evangelium von gestern. Jesus spricht weiter unter dem Eindruck, dass sie Johannes gefangen genommen haben und dass sein Kopf in der Schlinge liegt. Und er denkt immer noch über Johannes nach. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf den Marktplätzen sitzen und anderen zurufen, wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben die Totenklage angestimmt und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Denn Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch ihre Taten Recht bekommen. Also das ist so eine traurige Gewissheit am Ende, denn worum es Jesus ging, ist ja nicht gegen die große Mehrheit seines Volkes Recht zu bekommen, sondern er wollte die verlorenen Schafe Israels nach Hause bringen und das Volk Gottes für die Endzeit sammeln. Und sein guter Wille, seine menschlichen und göttlichen Fähigkeiten in einer Person vereint, die laufen voll auf die Härte von unveränderlichen Standpunkten, die vom anderen nichts wissen wollen. Also für die einen ist es nicht recht, weil Gott zu freundlich ist und für die anderen ist es nicht recht, weil er zu streng ist. Und immer sucht man Vorwände, um sich das Wort Gottes nicht gesagt sein lassen zu müssen, um es nicht aufzunehmen ins eigene Herz und es umzusetzen. Und ich glaube, solange wir noch innerlich eine Beweglichkeit spüren, dass wir uns das, was Gott mit uns tut und mit uns ins Werk setzt, dass wir uns das Recht sein lassen. Und auch die menschlichen Erscheinungsweisen in unserem Schicksal nicht verfluchen, sondern versuchen, das Verschiedene zusammenzubringen mit Gemeinschaftssinn. Das wäre für mich so eine Aufgabe der Christen auch in der Gesellschaft. Dazu sind wir befähigt durch den Geist Gottes, der Gemeinschaft herstellt, Kommunion. Und dazu sind wir auch berufen. Gott segne und behüte Sie alle.